Goldige Lerchen und tiefblaue Seen im Engadin. Gigantische Eisberge in der Antarktis. Endlose Sandtäune in der algerischen Sahara. Oder Elefanten und Läu in den namibischen Steppen. Das sind die Sachen, die mir super gut gefallen. Wenn ich durch die Welt reise, auf der Suche nach Motiv, fühle ich mich mit der Natur immer stark verbunden. Mein Name ist Rolf Gemperle und ich bin professioneller Natur- und Landschaftsfotograf. Inzwischen organisiere ich seit über 15 Jahren regelmässig Workshops und Fotoreisen. Zusammen mit meinen Kunden begebe ich mich auf die Suche nach dem schönsten Licht und den besten Fotospots. Während meinen Workshops gebe ich immer wieder gewisse Inputs. Sei das zu Equipment, Kameraeinstellung, Bildaufbau, Lichtbeführung oder auch zu der Bildbearbeitung. Nebst Workshops biete ich aber auch Fotoreisen in die unterschiedlichsten Destinationen an. Ob dosende Wasserfälle, beeindruckende Gletscher, majestätische Hügellandschaften, Dünen, Eiswüsten oder Begegnungen mit wilden Tieren. Bei all diesen Reisen steht die Natur im Vordergrund. In den letzten Jahren habe ich mein Portfolio an Fotoreisen ständig erweitert. Nebst Reisen in Europa biete ich inzwischen auch Fotoreisen und Expeditionen an die abgelegensten Orte auf der Welt an. Eine zweiwöchige Fotoreise durch die Namibwüste mit unseren 4x4 Fahrzeugen und unzähligen Dünenüberquerungen – das ist sicher eines der Highlights. Landschafts- und Tiermotiv finden wir dort überall. Eine meiner Sägelbootexpeditionen führt mich in die Antarktis. Das ist für mich eine der beeindruckendsten Fotokulissen. Es ist kalt, es windet, es stürmt zum Teil und trotzdem findet dort das Leben statt. Dort fühle ich mich mit der Natur richtig verbunden. Aber egal wo es hingeht, ob kürzer oder länger, am Ende geht es immer ums Gleiche. Wir wollen als Gruppe eine Destination mit den unterschiedlichsten Fotomotiven gemeinsam erleben. Dabei verbindet uns die Faszination für die Fotografie. Vielleicht bist du beim nächsten Abenteuer auch dabei. DER DINEN DER DINEN DER DINEN